auch mal nie vergessen. Ignoriert nicht den Chat, Leute wegen dem Chat, ich lese ja immer so ein bisschen, aber das Problem ist, wir sind halt in so einem Stream konzentriert auf mehrere Sachen, wir sind einfach darauf konzentriert, einen Nagel zu fressen, ach Junge, du kannst ihn gerne nochmal desinfizieren, da ist doch die Desinfektion, sprühe deinen Nagel ein, das ist für einen kleinen C würde ich mal vorschlagen, für einen kleinen C, ja, das ist für einen kleinen C, scheiße, nee, Junge, warum mache ich das? Was soll ich schon mal mit? Oh Junge Oh Junge Hast du auch ein Taschentuch, dass du das nochmal wischen kannst? Ja, warte Warte, warte hier Oh ne Oh ne, warte Ja, ich bin mal die Kamera mal näher bringen, weil das sieht man sonst Scheiße, das Klopapier ist alles Das Klopapier? Warte mal, ich hole noch was Warte, Junge Ja, das ist perfekt, so sieht man das alles genau Ist das krank Ich hoffe, das gibt endlich meine Verdienungszeit Ich würde sagen, ich wünsche jetzt deinen Fuß mit einer gebrauchten Unterhose von mir auf Vielen Dank Damit du auch ein bisschen leidest Das ist mir scheißig Das nehmen bestimmt einige auf, keine Angst Ja Oh Junge Oh Junge So Oh Junge Junge, das wurde krank Ich habe meinen Fuß einfach auf die Schere gelegt So Ich schneide jetzt den Nagel ab Aber Oh Junge Ich schneide ihn extra dünn So hier ist er Was, zeig mal Und Ich bewege den hier aus der Kamera Also ich lege den am besten hier drauf Ja Ja Oh 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 Seht ihr hier unten Hier liegt der Nagel Ich denke man sieht das Oh Oh Hier Irgendwas soll das Ja Jetzt musst du halt so nah wie möglich mit deiner Zunge an Also hier ist halt der Nagel Ach Junge Also glaub mir, ich lasse ihn schon nicht fallen Ich will, dass der Mann den in das Maul Jetzt jetzt Warte, ich lege ihn jetzt hier langsam ab Hier ist er Oh Junge, da ist der Nagel Jawohl Jetzt frisst der Nagel Hier Hier Spül ihn runter Spül ihn runter Oh Junge du krankes Spül ihn runter Oh Spül ihn runter Spül ihn runter Spül ihn runter Spül ihn runter Oh 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 Junge Was ist das? Oh Alter Oh Junge Ich hab da extra drauf gebissen damit dir das knacken hört Alter Wisst ihr was? Also wenn ich dieser Mann wäre Oh Hätte ich das auf meine Zunge legen lassen Dann hätte ich das halt in meiner Maske irgendwie nach unten fallen lassen Oh Und dann hätte ich es nie gefressen Aber der Mann hat es ja wirklich gefressen Das hab ich ja echt knacken hören hier Oh Der hat es ja wirklich gefressen Das ist so geil Oh Junge Das ist so schön Oh Junge Wie soll ich denn ein Puppel aus der Nase kommen? Scheiße Also ich hab echt kein Problem mit dem Puppel zu fressen Aber das Wie soll man das anstellen? Ich denk grad nur an die 60 Euro Ja Wie gesagt die Käuflichkeit Alter So Moment Na Ja Die Vielen Dank.